Wollen wir es uns teilen? Wieso hast du Müsli bestellt? Wieso hast du Tee bestellt? Weil du Müsli bestellt hast. Ich habe Müsli bestellt, damit man das hier auf keinen Fall für ein Date halten kann. Es kann aber auch ein Date sein, wenn man Müsli bestellt. Es ist kein Date. Ja, komm schon, sehr nett zu mir. Sie backt uns einen Kuchen und macht Krabbensnacks. Gib dir einen Rock! Wieso bist du so himmelig? Du bist so glücklich. Ich bin glücklich. Nein, du bist so hip, hip, hip. Ist das nicht was Gutes? Nein, du bist nur hip, hip, hip. Ich weiß nicht, was das soll. Dosierst du deine Medikamente auch richtig? Ob ich die richtig dosiere? Natürlich mache ich das. Na gut. Und du nimmst doch nicht ein paar zu. Ja. Ja. Okay, wir haben es. Wir haben es. Ja, schon gut. Ja, schon weg. Komm schon, Pat. Komm schon. Bisschen mehr Seele, Pat. Gib mir schwarz, Pat. Was meinst du damit? Weißt genau, was ich damit meine. Gib mir schwarz. Oh, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Oh, oh, Mann. Oh, ich habe eine Idee. Bang, 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 bang. Wir springen herum, wir springen herum, wir springen im Kreis herum. Oh, 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 oh. Jetzt du, Pat, jetzt du. Huh. Gut, Tom. Ja. So, rück. Schaffee rückwärts. Schaffee rückwärts. Schaffee rückwärts. Schaffee rückwärts. Schaffee rückwärts. Ich mache eine Biege, Kinder. Ich muss zu einem Mädel. Tanja, sie wohnt hier um die Ecke. Ja, geh mal zu Tanja. Okay, Mann. Hey, ich werde da sein, Mann. Ich will, dass ihr gewinnt. Ciao. Excelsior, Pat. Excelsior. Das ist der Mann. So ist gut. Hey. Woher weißt du, wann ich laufe? Ich wollte was klarstellen. Ich will, dass wir Freunde sind. Hast du das gehört? Warum machst du es mir eigentlich so schwer? Nein, ich mache es dir gar nicht schwer. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, wenn du diese Scheiße abziehst. Willst du in dem Laden da mit mir essen? Hol mich um 7.30 Uhr ab. So ein... Ich entschuldige mich nicht. Aber wisst ihr, was ich tun werde? Ich entschuldige mich im Namen von Ernest Hemingway. Denn der ist der Schuldige hier. Ja, sag Hemingway, er soll selbst anrufen und sich auch bei uns entschuldigen. Stört es sich, wenn Veronicas Schwester auch kommt? Tiffany und Tommy? Nur Tiffany. Und wo ist Tommy? Er ist tot. Tommy ist tot? Bitte erwähn es nicht. Hey, Tiffany. Das ist Pat. Du siehst nett aus. Danke. Wie ist Tommy gestorben? Oh, Mann. Wie hast du deinen Job verloren? Indem ich mit allen im Büro gefögelt habe. Äh, wirklich mit allen? Ich war sehr depressiv, nachdem Tommy gestorben ist. Wir müssen nicht darüber reden. Danke. Wie viele waren es? Da ist dieses Tanzding, aber ich kann das nur machen, wenn ich einen Partner habe. Wow, wow, wow. Ich tanze doch nicht mit dir. Sie ist meine Freundin mit einem F. Mit einem großen F. Wieso bist du so himmelig? Ich bin glücklich. Wenn das Leben dir so eine Chance schenkt, ist es eine Sünde, wenn du sie nicht ergreifst. Ich sag Ihnen, woran ich fest glaube. Wenn du positiv bleibst, dann hast du eine Chance auf den Silberstreif. Und da ist eine Chance. Also nicht ganz besser. Vielen Dank.